Hier bin ich! Hier bin ich! Lass mich hoch! Tess, du darfst mal wieder. Und so. Zack. Sehr schön. Diesmal ertrinken wir nicht. Das heißt, diesmal versuche ich auch mich zu beeilen mehr in diese Richtung. Vielleicht kommen wir dann vor dem... Vor der Luft da drüben an, meine ich. Aber jetzt hat sie es wohl erledigt. Jetzt kann ich wieder nicht atmen. Dann schauen wir einfach mal, was so passiert. Ah ja, nehmen wir hier noch ein bisschen Luft aus dem Ballon mit. Das ist zwar abgestandene Luft von vor sieben Wochen und Onkel Harry hat schon reingefurzt, aber... Ist egal. Onkel Harry hat da so einen Fetisch, wisst ihr das? Wir kriegen es ihm einfach nicht ausgetrieben. Wir haben es schon ewig versucht und man akzeptiert es einfach so. Deswegen bringt man nochmal seine eigene Sauerstoffflasche zum Familientreffen mit, dass man nicht auf Onkel Harries Furzballons zurückgreifen muss. Aber naja. Wenn irgendjemand Onkel Harries Furzballons haben will, greift euch zu. Äh, äh, äh. Äh. Ich mag den Level nicht besonders. Ich mag... Äh, äh. Äh. Ich mag große Ringe besonders. Davon hätte ich jetzt gerne einen. Äh, äh, nennen. Ah, Schluss. Wah. Hi, Stacheln. Ah, ah. War auf zu schießen. Hi. Was bist du? Ach so, eine Fahne soll das darstellen. Ist nur dunkel. Ach so. Du, 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 du. Ich muss hoch. Hier hoch, bitte. Hier hoch. Da ist doch was. Tails, tu das mal wieder. Nein, 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 nein. Nein, mich hochbringen. Ich. Ah, verdammt. Okay, ich bin mir zum Rand. Dann fällt es her. Es ist leichter. Komm runter. Nicht da um. Trillern und Karussell fahren. Fliegen sollst du. Anständig fliegen sollst du. Es geht nicht. Ist egal. Keine Lust jetzt. Sieben Stunden daran. Warum zu probieren. Bäh. Nicht zerquetschen, bitte. Okay, ich gehe hier hoch. Freiwillig. Was haltet ihr? Und flick hier rum? Nein, falsche Richtung. Oh. Hey, richtige Richtung. Geil. Es war doch die richtige Richtung. Dong, 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 dong. Einfach da hängen geblieben, so ein Dreck. Großer Ring. Ja, das sind kleine Ringe. Die sind auch schön. Das sind auch viele Ringe. Die sind auch schön. Aber ich will einen großen Ring. Ganz, ganz großen. Äh. Äh, da. Oh. Äh, äh, äh. Fuck. Na dann. So. Und so. Gut zu dir. Bitte bring uns nach oben. Ein Knopf. Licht ist wieder an. Wir haben das Licht wieder hergestellt. Und? Ist da was in der Wand zum Reingehen? Ja, ganz oben könnte es noch vielleicht sein. Zack. Was? Achso, ich bin in die Kreiserei. Ne, toll. Äh, nö, um ehrlich zu sein. Nö, lass jetzt mal. Keine Lust. Bum, 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 bum. Hup, hup. Alles klar. So geht's dann auch, denke ich. Krieg ich große Ringe? Einen wenigstens jetzt mal hier. Na komm, komm, komm. Ja, schon wieder so'n Ding. Hoch, runter. Oh, unvermütbarkeit. Haben. Lecker, lecker. Komm, weg hier lang. Wieder runter. Extra Leben. Mh, ebenfalls haben. Und ein Weg in der Wand. Und ein neues Blitzschild. Alles klar, nehme ich auch mit. Hey, geht's hier nicht weiter? Schade. Wär jetzt noch schöner gewesen. Äh, äh, äh. Ah. Okay. Und zack. Oh. Och, nö, schon wieder mehr Fledermäuse. Ich hab ganz viel Angst vor den Fledermäuse. Die sind die geheimen Bosse im Spiel. Du hoch, du hoch. Und hoch. Und, und, und. Ah, hier. Okay. Nee. Das ist alles meins. Behalt dich alles. Meine Ringe. Die nehmt ihr mir nicht ab. Und wir fahren schon wieder hier irgendwo. Oh, oh, oh. Tails hat grad all unsere Ballons kaputt gemacht da oben. Danke, Tails. Du Arschfuchs. Du Arschfuchs. Du bist dran schuld. Du bist an allem schuld. Was? Ich wusste noch nicht mal, dass das überhaupt geht. Ach, du Dreck, du. Warum bin ich grad so scheiße und halte mich so ewig in dem Level auf? Das ist mir noch niemals passiert. Irgendwas mach ich ganz, ganz, ganz falsch. Irgendwas mach ich ganz arg falsch. Nur ich weiß noch nicht was. Hör auf, Tails. Bleib weg. Bleib weg. Nein, bleib weg. Das ist eine arschlochfreie Zylinderzone. Hör auf. Du darfst nicht, Tails. Das ist illegal. Die ist arschlochfrei. Also mach dein... Naja. Hau halt ab einfach. Tails. 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 Blitzschild. Hauptsache Blitzschild. Ich mag das Blitzschild einfach viel zu sehr, um es stehen zu lassen. Ist hier vielleicht ein Weg für mich? Nee. Ein scheiß Wiss. Ja, ich kleb so einfach in der Wand. Nein, 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 nein. Ich seh's noch kommen. Ich zerquetsch mich noch irgendwann dort, wenn ich hier immer so schnell rangehe. Nein, du sollst nicht nach unten schauen. Du sollst dich nur ducken. Es geht auch das eine ohne das andere. Was war dort oben? Neues Blitzschild gab's dort oben. Ah, schauen wir nochmal. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ohne Blitzschild. Nee, dort gab's... Ach, scheiß doch drauf. Scheiß, der Hund drauf und die Katze verbuddelt's. Nein, lass mich hier... Don't it! Bitte, bitte, bitte. Okay. Na, darf ich diesmal? Zack, zack. Und zack. Und zack. Warum? Warum existiert's? Nein, ich will dort lang. Ich hab ne Berechtigung. Ich habe Passierschein A38 erworben. Okay, diesmal ohne, dass du mich tötest. Dankend, das war... Das wär der Checkpoint gewesen. Wum, 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 wum. Ja, 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 ja. Och Gott, du kommst. Da ist er! Da ist er! Du Penner! Na toll. Er hat den Warp umgedreht, dass wir weggesaugt werden. Und wir sind... Oh, beim Boss. Hi, Penner-Boss. Was machst du diesmal? Uah, du schmeißt Kugeln auf mich. Boah. Meine Taktik war schon... Oh Gott. War schon besser, wollte ich sagen. Was wird das? Uah, das zieht mich an. Uah. Ist das magnetisch oder so? Aber... Äh, aber nix. So. So könnten wir ein Treffen werden, außerhalb vom Bildschirm. Na toll, komm. Zack. Au, das war mein tolles Schild. Äh, ich hasse dich. Ich hasse dich, du Penner. Auf, auf. Nein, aufhören. Komm runter und hol deine scheiß Kugel, damit ich dir auf deine dumme Glatze springen kann. Hä, wie wär's? Zack, zack, zack. Au. Komm, kriegst grad noch einen mit, wo ich grad unverwundet habe bin. Oh, noch einen. Ich hab noch Ringe. Ich leb noch. Ich leb noch. Ich leb noch. Mach doch was dagegen. Nix, mach's. Ich folge dir. Ja, du Penner. Ups, aus Versehen schalte. Tails hat ihn sogar nur erwischt. Ich wollte sie sogar zulassen. Ich wollte sie weggesperrt lassen, aber. Hey, okay. Wir gehen selbstständig weiter. Eine Kanone. Okay, wo schießt die uns hin? Zack. 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 Bombs. Die Eiskappenzone, einer meiner Lieblingslevel. Lass uns erst mal eine Runde chillen, oder? Ja, Snowboard. Geil, oder? Bombs. Okay. In der Lawine begraben und tot. Nein, wir springen einfach raus. Dann geht das. Und zack, 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 zack. Erster Checkpoint. Und der Punkt im Spiel, an dem ich alle großen Ringe leer gefarmt habe. Der. Was meine ich mit leer gefarmt? Ich werde es euch noch zeigen. Und zuerst speichere ich jetzt mal hier, wie angekündigt. So. Das ist ein anderer Level als eben. Na toll. Okay. Machen wir halt einen anderen Level. 49 brauchen wir hier rüberspringen. Und hier geht's rüber. Ich glaube, das ist doch der, wo ich schon mal verreckt bin, oder? Das könnte ja sein, ja. Egal. Machen wir es halt diesmal richtig. Und dann ist das okay, so. Hi, lauter kleine Einzelne. Die mache ich zum Schluss, wenn es geht. Ah, hier lang. Zack. Und zack. Denn die tragen nicht zum Perfekt bei. Äh, zack. Wo sind denn alle? Wo sind alle hin? Gibt's noch jemand? Noch irgendjemand da? Ich sehe keine Teile mehr. Ist okay. Ich nehme jetzt am besten doch das mit, was ich kriegen kann. Hallo? Ah, hier sind doch ganz viele. Okay, das ist super, ja. Zack, 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 zack. Das könnten... Das hier nochmal... 18. Ja, und dann sind die vier Einzelnen dort die Letzten. Okay, das passt dann. Das heißt, jetzt kriege ich gleich das Perfekt, wenn ich die Ringe hier alle eingesammelt habe. Das heißt, jetzt... Jetzt muss ich nur wieder dorthin, wo die vier Einzelnen waren. Drehen wir uns mal hier lang. Und... Schauen. Nein? Oh Gott, es wird immer schneller. Hilfe. Ha, da sind sie. Nein, lass mich hier lang. So. 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 Und... Zack. Der Silberne. Sechs Stück haben wir. Aber wir brauchen sieben. Hatten wir ja schon. Warum es auch immer auf einmal sieben sind. Na ja.